Wird Ihnen präsentiert von DIJOYO MEIN POOL Frau Satzsch, das ist ja quasi eine eigene Schleich-Evolution, was hier steht, oder? Ganz genau, richtig, ja. Angefangen in den 1953ern, sieht man hier, wie unser Löwe damals aufgeschaut hat. Das ist schon, ja. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es eigentlich auch solche Produkte gab. Und dann, wie sich unser Löwe, aber nicht unser Löwe, wie sich insgesamt unsere Figuren weiterentwickelt haben. Also damals, würde ich sagen, stand noch eine andere Grundidee dahinter. Richtig. Und jetzt haben wir uns auf die Fahne geschrieben, die letzten paar Jahre, wir wollen wirklich der authentische Figurenhersteller sein. Und so entwickelt sich auch, wie man sieht, unser Löwe bis zum aktuellen Löwen hier aus dem Jahr 2020. So sieht unser aktueller Löwe jetzt aus. Aber wir feiern auch im 2020 ein tolles Jubiläum. Wir werden nämlich 85 Jahre, also wenn man das mal rechnet, 85 Jahre Schleich im Jahr 2020. Und das wollen wir auch zelebrieren mit unserer Community, mit unseren Kunden, mit unseren Fans. Und haben deswegen einen goldenen Löwen bringen wir auf den Markt. Ah ja. Kann man hier auch schon anfassen, ne? Kann man schon angreifen. Passiert nichts. Ein goldener Löwe, auch mit Glitzer. Um einfach das Jahr 85 Geburtstag gemeinsam mit unseren Fans und Kunden zu feiern. Und der ist die offizielle Geburtstagsfigur? Ganz genau. Richtig. Wann kommt ihr auf den Markt? Der kommt im August auf den Markt. Okay. Muss ich mich dann beeilen? Ist der stark limitiert oder kriege ich einen? Ja, der ist sehr stark limitiert. Wahrscheinlich eine Wertanlage. So kann man das auch sehen, ja. Also ich habe auch schon Bestellungen von Freunden und Bekannten. Ja. Ein echtes Goldstück. Absolut. Genau. Sehr gut. Muss ich mir merken. Ich werde bei Ihnen Werbetexten. Vielen Dank, Hausdatz. Danke. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Dijuayot. Mein Pool.